Mit uns, Deutschland, Leistung aus Leidenschaft. Wo ich am Faschingsdienstag tanzen gehe, ich tanze beim Hindel an, in Augsburg und Regensburg bis um 8 Uhr auf die Nacht, in die anderen Hindelheise bis um 7 Uhr auf die Nacht. Hindel, Ihr Wunderland des Wohnens, in Augsburg, Neuötting, Passau, Regensburg und Ruck. Die Tür ist auch nicht sauber. Die Tür ist auch nicht sauber. Hier ist Bahn 3, Christine Gugelt, Hallo, wie ist denn da? Servus! Was für ein Fasching ist es ja? Die Tür ist auch nicht in Faschingsdienstag. Aber ich bin dann fertig. Ich bin jetzt in der Mitte. Die Tür ist noch nicht in Faschingsdienstag. Das ist noch 60 Kilometer. Das sind die Tür ING, die Tür ins Kussung. Der Tür ist noch nicht in Faschingsdienstag. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Wie geht es? Es geht um, dass du das so weit wegst. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Es ist ein Schuss. Musik Es geht schon mal, wir freuen uns jedenfalls hier im Hof Bryan Adams in der Münchner Olympierhalle. Seit gestern gibt es die Karten für den 30. März zu kaufen. Bis zum nächsten Mal.